Das umstrittene Spiel wird zur Live-Action-Serie. Nach The Witcher steht die nächste Umsetzung eines CD Projekt Red-Spiels an, Cyberpunk 2077. Für die Umsetzung des gehypten Games wird sich die US-amerikanische Filmproduktionsgesellschaft Anonymous Content verantwortlich zeigen. Dabei handelt es sich um einen unabhängigen Produzenten, der bereits mehrere gefeierte Titel wie True Detective, Mr. Robot oder The Revenant veröffentlichte. In einem Pressestatement verkündete Spieleentwickler CD Projekt Red, dass man sich aktuell auf der Suche nach einem Autoren befinde, um neue Geschichten aus der Welt von Cyberpunk erzählen zu können. Da das Spiel mit einem beeindruckenden Cast daherkam, stellt sich die Frage, ob Darsteller wie Idris Elba oder Keanu Reeves auch einen Platz in der Serie finden könnten. Da sich das Projekt aktuell noch in einer frühen Phase der Entwicklung befindet, sind noch keinerlei Informationen zu einem Cast oder einer Story der Cyberpunk 2077-Serie bekannt. Letztes Jahr lief mit Cyberpunk Edge Runners bereits eine Anime-Serie zum Game. Die zehn Episoden sind derzeit auf Netflix zu sehen.